So Leute, willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Xenonze Kanal. Heute mal wieder ein anderes Video und mit dabei ist auch der Jan. Sag mal hallo. Ja moin. Sein Kanal ist auf jeden Fall auch unten in der Videobeschreibung und ich dachte mir okay, ich lade es nochmal für einen 20er auf und hole mir, also habe jetzt 2400 Crypto Points geholt und denke mal, dass ich jetzt, ich hoffe einfach, dass ich dieses Mal was Gutes sehe. Jan, was sagst du? Das ist die Scheiße. Ich glaube auch. Okay Jan, bist du bereit für das erste Pack? Ja komm, hau raus. Das erste Pack ist direkt ein Nose Pack. Ich hau mal ein Nose Pack raus. Oh no. Oh no, ich muss ein Cap Pack machen, Digga. Oh no. Fängt schon mal richtig gut an, Jan. Einmal selten, zweimal normal. Okay Digga, das zweite Pack wird mit dem Schirm von meiner Cap gemacht. Oh no. Oh no. Komm schon ein Cap, bring mir Glück. Ich rieche episch. Ey, die Stellung über. Ja man. Den Dingo schafft, legendär, habe ich wahrscheinlich noch nicht. Nee. Okay, jetzt kommt das dritte Pack, komm Leute. Ey, es muss was Gutes dabei sein. Razorback Schnellfeuer. Wollte ich schon immer mal haben, Leute. Ey Jan, ich weiß jetzt schon, dass ich nur Scheiße ziehen werde. Ey, komm schon, Alter. Es ist glaube ich so eine Weevil-Tarnung. Ja, Eis-Tarnung auf der Weevil. Die habe ich auch zum Glück noch gar nicht. Mhm. Ja, tauscht einfach schwer dein, Digga. Gibt nochmal ordentlich Punkte. Ja, man ist echt so. Komm schon, Alter. Ich muss diesmal was Gutes ziehen. Irgendeine Waffe, Alter. Es ist die Marshall. Die Marshall 16. Ich wusste, dass ich sie ziehen werde. Nein. Doch, die Marshall 16. Oh mein Gott, Leute. Ey, das ist meine erste Waffe, die ich gezogen habe. Ey. Ich wusste, dass ich diese Marshall 16 ziehe. Das ist die beschissenste. Ich habe es letztens im letzten Video gesehen. Die Marshall 16 wäre so eine Waffe, die ich überhaupt gar nicht ziehen will. Und was passiert? Ich ziehe sie. Im letzten Video habe ich doch gesagt. Absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Egal, komm schon, Leute. Es ist die Marshall 16. Ja, ja, genau. Das ist diese One-Shot-Revolver-Pistole, nenne ich mal so. Ey. Komm schon, Alter. Es muss noch Schlagringe oder so. Oder diese Brechstangen. Ich will diese Brechstangen haben, Leute. Ich will diese Brechstangen haben. Ich dachte gerade, ne? Aber es ist... Geist Seraph-Körper. Der sieht auch sick aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und BRM-Griff-Variante. Den wollte ich auch schon immer haben, Leute. Also ich kann mir nichts geileres vorstellen als so ein Griff. Ritual-Tarnung für die Dredge. Die wäre doch auch nicht so schlecht aus. Oh, shit, Leute. Ey, dass ich die Marshall 16 gezogen habe, Leute. Das freut mich jetzt gerade schon wieder. Weevil-Sonshine-Tarnung. Ey, ich ziehe nur noch Tarnung für die Weevil. Was ist hier los, Jan? Keine Ahnung, Digga. Eine sicke Tarnung für die M8 wäre natürlich auch geil. Aber ich ziehe natürlich nur Werde-Tarnung. Ich will die Edelstein-Tarnung oder sowas auf der Dinge-Zahn. Das ist ja auch richtig nice. Ich bekomme eine Entfernung-Tarnung für die Argus. Das war es jetzt auch schon mit den 200... Also mit diesen Krypto-Points. Jetzt kann ich schon mal doppelte eintauschen. Mal gucken, wie viel ich da jetzt ins Camp bekomme. Scheint aber... Alter, 138. Ich hoffe, jetzt noch mal 30er. Komm. Komm, Jan, wünsche mir Glück. Kriegst du mal scheiße. Sehr frech. Kriegst du gezeichnete Tarnung für Locust? Komm, Alter, direkt weiter. Direkt weiter. Naja, die sieht... Ich finde, die ist die scheiße aus der 16. Tarnung. Naja, geht schon. Verstoß sieht besser aus. Zufall, ich hatte gerade 88 Krypto-Points. Komm, Alter, Bro. Das bringt Glück, Digga. Ey, Edelstein-Tarnung für Drakon. Die sieht schon sick aus, aber auf der Drakon habe ich schon so viele Tarnung, Leute. Hä? Zombie-Boot ist, Digga. Ja, man für Zombie-Boot ist richtig nice. Ich habe auch noch die Eis-Tarnung. Ey, lass mal wieder der Zombie-Mutsch weniger dann irgendwann. Ja, man. Ich habe so 53 Eis-Tarnung gerade gezogen. Okay, nice. Geist Outrider-Kopf. Der sieht auch sick aus. Den habe ich ja auch. Ich habe den komplett... Raupe für Profit. Okay. Komm, Alter, sieht scheiße aus. Doppelte eintauschen. Ah, ich kann leider keinen großen öffnen. Jetzt sehe ich halt noch zwei normale. Normal. Normal. Wahrscheinlich nicht normal, oder? Komm, nochmal. Nacht für Seraph. Ey, der sieht voll aus wie der Goldskin von Seraph. Kann ich nochmal eintauschen? Ey, ich kann noch ein Zehner-Päckchen holen. Ein Zehner-Packen. Komm. Oh, das ist episch. Das letzte wird richtig cool. Oder auch nicht. Ich bekomme schon wieder dreimal normal. Habe diese drei wahrscheinlich auch noch gar nicht gehabt. Nee, warte, ich gucke mir mal ganz kurz an, was ich hier kurz gezogen habe. Was habe ich hier gezogen? Sport runter. Ja, das sieht jetzt auch nicht wirklich so sick aus. Fingerdrohung ist auch nicht wirklich so special. Hier von den Outrider. Stampen. Ja, das kenne ich auch schon. Den Kopf habe ich auch noch bekommen. Geistkopf. Na, der sieht jetzt natürlich nicht so geil aus wie der hier. Das ist natürlich der geilste von allen. Ja, Nico, aber du hattest schon Glück mit deinem Marshal. Ja, mit deinem Marshal habe ich schon Glück. Das nächste Mal wird es, glaube ich, noch besser. Also, ich finde die gar nicht so geil. Wasch hat ja immer No-Scopen und Doppel-Händig spielen. Dann geht die klar. Ja, aber es ist wenigstens eine Waffe, Jan. Es ist wenigstens eine Waffe. Ja. Aber ich meine nur, das ist schon... Warte, ich gucke mal. Das ist schon nicht so schlecht. Versuch es zu zerstören. Das macht richtig Bock, Digga. Ihr, Gorgon habe ich hier noch drin. Gucken, warte mal was. Der Enix Shadowclaw ist zwar späschter, aber kann schon groß sein, Digga. Wo ist die denn? Ach ja, ich muss die bei Sekundärer machen. Marshal 16, da ist sie, Leute. Ich habe ja trotzdem kein Niemals-Echer-Paste. Schon sick, das Ding. Ich habe ja auch schon Reflex freigeschaltet, weil ich die vom Gegner aufgehoben habe. Ist auf jeden Fall ganz geil, dass ich wenigstens eine Waffe gezogen habe. Wenigstens ein bisschen Glück. Wenigstens ein bisschen Glück. Komm schon, Leute. Und hier auf der Drakon muss ich mal doch gerade kurz die Edelstein-Tarnung reinziehen, weil die sieht auch mega sick aus. Könnte ich mal bitte die Tarnung, Kriegsgezeichnete, Eistarnung, Edelstein-Tarnung, Schwinder-Tarnung. Aber die, Alter, Digga, die Edelstein-Tarnung. Finde ich schon, ist einer meiner Lieblingstarnungen, muss ich ganz ehrlich sagen, Jan. Was sagst du dazu? Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ganz nice hier mit der Marshal. Mit der werde ich auch dieses, denke ich mal, noch ein Gameplay hochladen. Auf jeden Fall. Gucken, was mit dem Teil so geht. Ich würde sagen... Ja, nicht. Sehr frech. Ihr wisst ja, Leute, der Niko ist so ein alter Nuklear-Failer. Ja. Ey, letztens ein für Nuklear in TdM wegen der Stolperfalle. Ich sag's euch, ein für Nuklear. Ein für. Der Zub, hey ich das ab, nochmal. Weil, wisst ihr, ich bin der brutalen TdM und ich weiß einfach, dass ich die Nuklear mach. Ja, das ist so frech von dir. Ja, eher so am struggle never. Ja, das ist so frech. Gucken, was ist das denn? Oh, John Cena. Ey, ich glaube, ich füge das Lied ein. Warte. Hey, das ist voll sick, das Lied. Warte, ich mach nochmal ganz kurz. John Cena. Er macht das so eine geile Gestin mit John Cena, Alter. Ich würde sagen, Leute, wenn ich das dir gefallen habe, lass auf jeden Fall eine positive Wertung da. Und auf jeden Fall nicht vergessen, Jan-Kanal abzuchecken. Auch ganz oben in der Videobeschreibung. Verlinkt auf jeden Fall. Lebt auf jeden Fall auch richtig sicker Gameplay sogar mit Nuklear, was ich natürlich mal wieder nicht schaffe. Sogar in Team Desmond lebt damit es gut ein. Wenn ihr mehr von uns zusammen sehen wollt, ne, dann Daumen, Daumen hoch. Daumen, Ralf. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.